Soll ich jetzt noch mal zu dir runterkommen, oder? Ja, kannst mal herkommen. Hier ist noch richtig geiler Shit in den, äh, Dingens. Im Loch hier. Ich sag mir das noch früher, man. Hm, hm. Hier ist ein Chicken. Ich fühl mich hier schon oben bei dir in der Stadt. Loll! Ein Mini-Zombie, der ein Chicken reitet! Was ist los mit ihm? Was? Du hast mich angezündet! Ich hab mich angezündet, das tut mir leid. Wie geil war das denn, Alter? Was finden wir hier für kranken Scheiß? Mini-Zombie auf nem Chicken, also das wär schon wieder was für ein Fuck, ey. Oh ja. Hier, gib mal das Eisen. Äh, ja, ich bräuchte echt mal Fackeln. Ich hätte mir Fackeln mitnehmen sollen. Ich hab noch zwei. Damit kommen wir wahrscheinlich sehr weit. Wie viele hast du noch? Keine mehr. Oh, wer kommt hier? Oh, shit. Ich seh da gar nichts. Ähm. Also ich hab für solche Taktiken hab ich immer einen Notfallplan. Okay, hier ist das was ja. Und zwar wirst du runterspringen und dich opfern und wenn du das überlebt hast, dann komm ich. Äh, nö. Okay, jetzt sind wir aufgeklogen, jetzt können wir nichts mehr machen. Das war das, das war das Letzte, was ich überhaupt im Kopf hatte. Alter, was ist das hier? Was, wo bist du denn überhaupt? Hier. Ja, dieser. Ähm. Pass auf, ich mach mal ein paar Fackeln. Ja. Ja, genau, ey. Alter, da unten, ne? Alter, da unten. Ja. Ja, wenn du dir das mal anguckst. Alter. Ey, was ist hier los? Was ist das? Weil hier war auch schon wieder einer? Ach, hier haben wir den Mini-Zombie getötet. Ah, okay. Alter, meine Orientierung, die ist sehr schlimm. Ja, meine ist auch nicht so der Hit. Wollen wir doch runter? Oh! Nein! Was läufst du denn da rein? Was läufst du denn da rein? Nein! Zombie! Oh mein Gott! Bitte nicht mich erschießen! Ich hab anderthalb Herzen! Nein! Bitte nicht! Ja, alles cool, alles cool! Ich beschütz dich, ich beschütz dich! Digger, was machst du denn da? Ich visier gerade unten den Creeper an, auf einmal riecht da so ein Verrückter durch. Der lässt sich seine Füße anzünden und springt da rein. Woher soll ich das denn wissen, dass du da jetzt reinschießt? Das ist auch schön. Ja, woher soll ich das denn wissen? Er hat einen Bogen, er lädt den Pfeil nach, er visiert den Gegner an. Woher soll ich das denn wissen? Ja. Ja, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, ich hätte eine rauchen können. Was mache ich? Ich schieße auf den Gegner. Warum? Aua. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, das war wieder was. Da hat der Sinn gefehlt. So was. Ja, scheiße, brennen. Scheiße, brennen? Leute, da ist Lava, Alter. Nee, das weiß ich nicht. Diamanten. Was? Sind das Diamanten? Ich brauche wirklich. Ich kenne die in diesem Skin nicht. Ich weiß es nicht. Bau mal ab. Oh, wow. Mein Inventar ist natürlich voll. Leute, ich habe eine Bogenstärke 2 aufgesammelt. Ja, das sind Diamanten. Nice. Meine ersten Diamanten World Wide Ever, Bitches. Und Gold ist hier auch. Oh, ja. So ist das. Ich habe wieder ein volles Inventar. Ich komme hier raus und da nichts neues. Ich meine, der Inventar ist aber auch echt voll. So, damit hier keiner kommt und mich hier irgendwo rein... Du machst uns gerade unsere Lichtquelle raus. Nee, ich will nur sicher gehen, dass mich da nicht irgendwas rein stößt. Meinst du mit irgendwas zum Beispiel mich? Zum Beispiel. So als Läutung. Ich habe dich jetzt dreimal angezündet. In allen drei Kämpfen, die wir hatten. Irgendwie ist das nicht so gut. Voll, du hast mich auch einmal richtig gerade in den Spawner geballert. Da sind noch mehr Diamanten. Alter, was, wo? Ah, geht direkt mein... Ja, das sage ich jetzt nicht. Ach so. Wo sind Diamanten? Wo bist du? Manfred, komm zurück. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warte, wo bin ich denn? Ach, da bist du. Hier bin ich. Yay. Hast du den Gang hier gebaut? Den Gang hier gebaut. Aha. Ja, das höre ich. Oh, ich habe das... Ich habe das Internier einfach mal wieder abgebaut. Du bist auch echt die Leuchte vor dem Herrn, ne? Ohne Spaß. Oh shit, ey. Ich glaube, ich brauche eine neue Spitzhacke. Das fällt ihm genau hier ein, also läuft bei uns. Ja, ich bin mit zwei Stück hier runtergegangen. Pass auf, ich muss mal kurz in der Werkbank machen. Ich kann dir in der Story erzählen, von dem schlechtesten Minecraft-Spieler der Welt, mit dem ich befreundet bin. Und zwar haben wir in meinem Geburtstag Minecraft gespielt. Und ich und mein Kollege Justin haben uns in der Höhle verlaufen. Sind wir rausgegangen. Da war er noch in der Höhle drin. Und er sollte uns dann Obsidian mitbringen für ein Neverpotter, ne? Ja. Da war Lava, da war Obsidian. So, da hat er gesagt, mein Inventar ist voll. Ich habe keinen Platz für Obsidian. Ich sage, schmeiß einfach Holz oder so in die Lava. Dann verbrät das ja, dann musst du das nicht mehr tragen. Er guckt die Lava an, schmeißt seine Spitzhaken da rein und will dann das Obsidian abbauen. Ja. Das kann man auch mal versuchen. Das war so schlimm. Den Shit brauche ich auch nicht. Das war so ein Traum, ey. So, jetzt habe ich wieder Spitzhaken. Jetzt geht's los, ey. Ich bin fast Level 29. Geil. Und da bin ich Level 29. Ich habe irgendwas gefunden. Lava. Ja. Das war doch nicht. Alter, das war doch nicht. Du willst mich aber auch umbringen, ne? Nee, du leuchtest immer ein, wo ich schlage. Nee, nee, nee. Stell dir, wo wir treffen uns mal, du wirst sofort mit meinem Messer. Das geht nicht. Natürlich. Klub-Tschi. Nein, warum hat er das getan? Nein. Wie bist du jetzt da rüber gekommen? Darüber gekommen? Ich brauche mir da vorsichtig meinen Weg rüber. Ich brauche mir da vorsichtig meinen Weg rüber. Alter, wo wir hier drüben, wie du Idiot bist. Ich habe leider keine Diamantspitzhaken, dass ich mir Obsidian abbauen kann. Hast du eine Diamantspitzhaken? Ich habe vier oder fünf, aber ich kann gerne was mitnehmen. Äh, was? Du kannst Diamanten mitnehmen? Nur das Problem ist ja nicht, dass das Abbau verbrennigt. Ähm. Das wäre nicht so schön, ne? Aber ich habe ganz viele Lava-Einball. Also können wir Obsidian selber machen. Okay, das ist gut. Ey, hier ist Gold. Oh. So. Nein, da schwimmt Gold davon. Egal. Ich weiß gerade nicht, wo wir... Hier waren wir doch, da waren wir schon. Warte, wo... Wo geht's denn jetzt? Ich weiß es nicht. Weit. Nicht da rein, da ist gefährlich. Okay, erst mal rein, na? So. Redstone nehme ich eigentlich momentan echt nur mit, weil das echt gut Löffel gibt. Ja, mit Redstone kann man schöne... Tore bauen. Ich sag, Zusammenhang momentan nehme ich Redstone nur mit, weil es schöne, äh, EP gibt. Ja, mit Redstone kann man schöne Tore bauen. Ich wollte gerade sagen, deswegen brauche ich das auch. Nenn das mit. Oh, da ist ein Skelett. Oh, 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 oh. Hi. Ich habe ja 64 Fackeln dabei. Ja, gut, dass du keine Fucken hast. Lol. Cool, wir können weiter. Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Kein Ding. Der kollegiale, äh, Bitchslap. Genau. Der Glubsklatscher. Wo kommt das ganze Wasser hier überhaupt her, äh? I want to know. I want to know what love is. Ja, Leute, das war's erwähnt bei diesem Tag. Ich würde sagen, ich will sie uns beim nächsten Mal wieder, falls es dein nächstes Mal geben wird. Was machst du hier? Aua. Lol. Was war das? Ich bin gerade in dich reingegangen. Okay. Was hast du nochmal gesungen? I want to know what love is. Ja. Ich hoffe, du weißt es jetzt. Mann, ey, ist das normal, dass wir immer nur Bullshit labern? Ähm, kein Kommentar. Ich wüsste gerne, auf welcher Höhe ich jetzt bin. Ich würde hier gerne mal ein paar Diamanten finden. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele. Ich habe auch in meiner Burg nur noch drei oder vier. Das Ding ist halt, das sind die ersten drei, die ich selber gefunden habe. Beziehungsweise hast du die ja eigentlich gefunden und mir überlassen. Ja, aber du hast sie abgebaut, weil mein Inventar voll ist. Alter, wie lange ich brauche, um mich hochzubauen. Lol. Oh, hier ist BadWalk. Oh, hier ist BadWalk. Bist du mad? Mad, bad, 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 bad. Hey, hier ist gar nichts. Strip-Man ist halt auch das Behindertste, was es gibt auf der Welt. Oh, das finde ich jetzt aber unfair hier. Hey, nein! Wo kommt das Wasser her? Ja, das ist ja mein Problem. Hier kommt einfach fünf... Hey, mach da seine... Alter, ich wäre da unten fast ertrunken. Was passiert? Wo geht es hier hin? Auf jeden... Ja, ich bin draußen, ich bin so geil. Ich versuche gerade... Ich weiß sogar, wo das ist. Ich weiß sogar, wo das ist. Das ist scheiße. Ich bin unter dem Eis gewesen und fast ertrunken. Alter! Ey, wir sind direkt vor deinen Stadttoren. Echt, lol? Ja. Erstmal noch ein bisschen Kohle mit mir. Oh! Alles gut. Zero problemo. Alles, äh... Ja. Und hier kommt man, äh, gut durch, ohne zu ertrinken jetzt, oder was? Äh, ja. Äh, ja. Eventuell. Wenn du ertrinkst, ist es dein Pech. No Luft for the win. Ich hab drei Luft, ich hab ein Luft, ich hab keinen Luft. Lol. Ich hab drei Luft. Was sind die... Lol, Alter! Hä, warum machst du hier das ganze Eis weg? Was ist falsch mit dir? Mein Eis. Äh, ich wollte nicht, dass du da runterverweckst und ich mal das angucken musst und dann baute er sich das einfach mal selbst weg. Ja, das stimmt nicht, so behindert bin ich doch nun auch nicht. Alter, dann, warte mal, dein Baum in der Stadt, der wird immer größer. Ja, irgendwie schon, wa? Das ist echt der Shit. Was ist denn das? Ja, da wächst ja noch einer drunter. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie das hier zustande kommt, ey. Ich werd dir aber einfach mal stehen lassen. Warum ist die Truhe auf? Ich werd dir aber einfach mal stehen lassen. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich sag danke fürs Zusehen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal natürlich. Tschüss. Patch. Patch.